der oga da unten den kümmere ich mich aber mache ich das jetzt weiß ich nicht aber vielleicht bist du denn oh hallo und herzlich willkommen zurück zu können auf meinem kanal und zum let's play von sekiro jetzt waren wir uns ja wieder mal hier aufs dach geschlichen geschließen ob bei der way wenn euch das video gefällt lasst gerne ein like und ein abo da und schreibt gerne was in die kommentarbox das würde mich sehr freuen und jetzt sind wir ja wieder hier hier waren wir ja erst vor 20 folgen gefühlt wo ist denn der knechte sterben mein sohn er hat was geahnt er hat was geahnt leider zu spät so also hier los alter dieser dieser uge der 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 macht mir kopfhauer es hat keiner gehört ein shinobi auf dieser welt hat es gehört ich drehe dir einfach alles kaputt weißt du hier uge halte mal dein maul und hat sich auf mich abgesehen doch die kümmern erst nein 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 als wenn er es weiß ich dachte er kämpft jetzt gegen die blauen ja na klar ich glaube ich muss erst mal in die blauen rennen jetzt habe ich hier das war überraschend erfrischend dafür ist es mir zu schade ist zu trinken erst einmal den letzten hieb den habe ich nicht kommen sehen ich habe in der stelle mit der haltung her guck mal da hier ich bin tot überraschenderweise bin ich gerade gestorben so du bist tot das erfreut mich tatsächlich ein bisschen mehr als es sollte kann der da unten mal die fresse halten ich bin mental noch gar nicht bereit ich habe versagt liebe freunde ich habe mal wieder versagt und spaß das zimmer da oben das hat mich schon immer angekotzt jetzt ist mir da bestimmt irgendwer krank oder keine ahnung ich habe der kohle verloren es hängt soll ja immer hängt er so ein bisschen das müssen ich gehe es mir hart um den zack verpiss dich der oga da unten den kümmere ich mich auch noch aber mache ich das jetzt weiß ich nicht doch vielleicht bist du denn so ein hit hat er schon mal gekriegt von uns so gegen den hatten wir ja schon mal das vergnügen mit dem unterschied dass wir wesentlich mehr platz hatten oh oh nein oh shit mit ins gesicht ah mission sehe doch gerade nichts warte mal warte mal ganz kurz bitte so jetzt jetzt kann ich wieder jetzt bin ich wieder ready du fuck wenn ich dich mal anvisieren dürfte ja ist doch gut also es interessiert mich doch gar nicht ich bin tot ich bin leider gestorben und jetzt ist er tot ja das war kein ehrenhafter kampf ich weiß aber ich hatte keinen bock gebetsferde nehm ich shinobi medizin rang heil die heil der staff jetzt mehr vielleicht vielleicht ja vielleicht nein und jetzt kann mir die tür aufmachen hervorragend dieses spiel das erfüllt einfach alles fehlt nur die romantik die romantik die kommt wieder zu kurz was hat mir die party hier jetzt irgendwas ermöglicht eigentlich nett gell wir haben nicht genug salz müssen wir irgendwie an salz kommen häss was für salz irgendwie labern die alle scheiße wir haben den geilen ogel gekillt natürlich habe auch nichts anderes erwartet jetzt komme ich aber von da oder jetzt hat mich schon jetzt gesehen und dann hoch alle was kommst du denn jetzt her ja die wollen mich eindeutig verarschen ich muss mal kurz rennen war das halt ganz gut du stehst jetzt wollte ich nicht mehr halten aber jetzt bist du tot ich halte mich glaube ich ganz gut gegen die knechte hier war aber gar nicht mein plan wollte ja hoch hallo mach du das ja alles klar das ist nicht mein aufgabenbereich sorry der hat aber bock der hat aber vor reisen weg hier aber ganz schnell und schlag ja wir sind ja gar nicht so schlecht aufgestellten im spiel weißt du wir haben ja ein bisschen was drauf bisschen fasten wir noch mal weil es ja so viel spaß macht ich habe doch keine wischen du knecht ich verarschen ich habe ich die monge kack hätte ich mal von mir hinten der dolchen lassen ja hätte alles viel einfacher gemacht alles du steckst auch let's go was ich habe eine gottesschlange gekillt ist der dank damit habe ich jetzt nicht gerechnet nehme ich aber gerne an was ist denn hier los als mal keine zeugen okay ließ konfetti nehme ich mit freuden an den steht hallo ja jetzt gehen wir hoch und speichern wenn wir hier noch ein bisschen adaminschrott da war natürlich ein boss auf uns klar der burg wer mit ist nur so von bossen ich glaube wir treffen heute noch keine entscheidung ich habe gehört gibt es mehrere feinde warte mal so so gehen jutsu los kämpfe mich sei mein sklave ja oh ich kriege gar nichts mit heilung heil mich doch noch mal ja ich krieg auch schaden von meinem klo und sehe ich gerade ja der ist doch gleich tot boah scheiße das war ja easy fettwachsklumpen und noch mal eine gebetsperle die stecke ich doch mit freuden ein und hier steht immer noch das blitzzeug ne ja 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 und da wird schon wieder die drogen aufgelöst das ziel wurde einfach erfüllt leute das ziel ist einfach erfüllt worden ja rasten wir noch mal toll wunderschön so bei wem kann ich denn jetzt eigentlich die samen einlösen wir reisen kürbissahnen erst wird nur wieder zeit kürbissahnen zu sammeln liebe freunde weil wir brauchen ja mal wieder ein bisschen heilung jetzt gestillt hier ist ja eine hier ist ja hier ist ja hier ist ja hier ist ja die hier ist ja du hast ja ne das glöckig habe ich keinen bock das glöckig habe ich keinen bock so bahn ach nee und bahn essen äh äh ja bruder ist auch ein dicker kanontyp sehe ich gerade höre ich gerade kürbissahnen dicker Die verarschen Hör bitte keine Wischen Nein Nein Fühlt sich cool mit deiner Schrottfinder, ha? Mixer Wir müssen einfach alle sterben, weißt ja, alle Den letzten, den letzten, aber die nicht, die Damen Ha Ja Das ist wie eine Geistergestalt hier Was ist das hier? Bruder Was ist los? Da muss ich hoch Komme ich da hin Komme ich gar nicht hin, oder? Hä? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Was ist jetzt überhaupt doch darüber? Der war knapp gerade Der war knapp Hier muss ich lang Hier muss ich lang Gibt es ja auch ein gut? Wie wirst du nicht auf mich schießen wollen? Wo ist hier der, ne? Wo ist es? Da Oh Hier gibt es Staff, oder was? Hier Hörbissamen Nice Freunde Und gelbe Schießpulver Was kein Schwein braucht Alles klar Dann würde ich sagen Oh Benutzen wir die Benutzen wir die falsche Technik, Leute Die falsche Reisen Das ist so geil, Leute Das ist so geil Oh, mit so ein bisschen Überheilung, würde ich sagen So, ja Das ist Das passt so Dann würde ich noch mal gerne hier Ah, das die Ja Dorf Mibu Da soll es auch noch eine geben Die habe ich verpasst, anscheinend Das ist ein Berg Das kann dir mal passieren Und im Dorf, muss ich sagen Bin ich einfach durchgerusht Ich habe mich gar nicht so mit dem Dorf befasst Ja Habe ich verkackt Habe ich, habe ich, habe ich verkackt Haben wir denn alles sagen? Eso Hier sind ja überall, ne Hier geduzt Reister Oh Wollte ich gar nicht Erstmal alle töten Weißt du, erstmal alle töten Ich töte jetzt einfach alle hier Du lebst ja noch Überlebende stehe ich hier eigentlich nicht so, ne Auch die habe ich aus Versehen getroffen, glaube ich Niveau Ballonsäne Ja Und Fehrmann Ja, was bist du Alter, was hier los ist Ja Ei Nee Komm wir mal aus der Erde Nein Nein Paton Euer Jutsu, Junge Da ist er, der Kürbis Alter, wie viele Zombies hier einfach sind Ich glaube, wer wäre es Okay Wo kommt hier das Spiel her? Wo? Alter, was hier abgeht Alter, ich gehe mal kurz da rüber Alter, ich gehe mal kurz da rüber Oh, hallo Wie geht es Ihnen? Oh, ich sehe schon Nicht so gut Nicht so gut Weißt du schon? Arzt, Blut Ich habe doch gedrückt, Leute Ich will mir gar nicht erzählen, dass ich nicht gedrückt habe Wow Ja, wir gehen da hoch Ich glaube, es gehört zu Musik Ich bin mir nicht sicher Ich habe mir Schaden gekriegt Soll Leute Und das wollte keiner Aber okay Zurück zum Tempel Zum Tempel Zum Tempel Ah, wir piste dich Sehr piste dich Wir haben ein bisschen Geld Ich kann mir hier was kaufen Diese Ich glaube, wir haben schon alle hergestellt So Schönen Signal Okay Haben die Flöte gemacht Nice Wenn die jetzt upgradebar Die ist upgradebar Das ist eine Scheiße Zehnwurf Ach, Zehn und Geise im Scheißdreck Hier, ich brauche hier ein dickeres Rohr Dickeres Rohr brauche ich Hier eine neue Axt Die machen wir jetzt Jawohl Okay, die Flöte war nutzlos Wir haben sie aber gekauft, weil wir es können Hey, Leute Flammenrohr Hör auf da rumzustöhnen Das mag keiner Also Freunde Wenn euch dieses Video gefallen hat Lass gerne ein Like und ein Abo da Würde mich sehr freuen Schreib was in die Kommentare Das freut mich noch mehr Feedback brauche ich Und ja, dann sehen wir uns morgen Mit einem neuen Video Lass dich überraschen Ich habe einiges geplant ManEater steht wieder auf dem Programm Drei Folgen Freitag, Samstag, Sonntag Jeweils 14 Uhr jeden Tag Mit einem kleinen Bonus Aber ihr werdet es morgen sehen Deshalb Bis morgen Und schönen Tag Euer Kördry